Oha! Du musst dir einfach nur auf die Haare pusten und dann bekommst du Locken. Hey Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich teste heute richtig verrückte Beauty Hacks, die ich bei TikTok entdeckt habe. Ich habe die vorher noch nicht getestet. Das bedeutet, ich teste das jetzt hier live zum ersten Mal im Video. Und ich habe da so ein paar Sachen mir rausgesucht, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das funktioniert. Der erste Hack, den ich gesehen habe, du musst dir einfach nur auf die Haare pusten und dann bekommst du Locken. Okay, und zwar soll das folgendermaßen funktionieren. Man nimmt sich einen Stift oder einen Pinsel. So, weil meine Haare nicht ganz so lang sind aktuell, ich habe nämlich keine Extensions mehr drin, werden wir jetzt von hier hinten eine Strähne nehmen. Dann wickelt man das einmal hier um diesen Stift herum und dann soll man pusten und damit Locken bekommen. Und das testen wir jetzt. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lange man pusten muss. Ich würde jetzt sagen, ich puste mal so 30 Sekunden. Okay, ich habe jetzt lang genug gepustet. Ich bin gespannt, ob das funktioniert hat, Leute. Also eigentlich ist es einleuchtend, weil es ja auch Wärme ist, wenn man pustet, dementsprechend formen sich ja dann die Haare zu locken. Aber wir gucken jetzt mal. Oh mein Gott, wenn das funktioniert, wer... Oha! Tatsächlich! Könnt ihr das sehen? Ich habe einfach eine Locke. Wie krass! Ich bin gerade total geschockt. Ich habe wirklich eine Locke. Also tatsächlich nur hier unten. Aber es ist eine Locke geworden. Einfach pusten, Leute! Man muss natürlich selber herausfinden, ob man das machen möchte oder nicht. Aber was ich richtig cool finde, wenn man unterwegs ist und vielleicht hier vorn die Locken rausgehen, dann kann man einfach schnell irgendwas nehmen, pustet und hat dann einfach wieder eine Locke und kann seine Locken damit auffrischen. Sehr, sehr cool. Man muss natürlich aufpassen, dass man danach nicht ohnmächtig wird, wenn man zu viel gepustet hat. Aber dieser Beauty-Hack funktioniert tatsächlich. Kommen wir zum nächsten Beauty-Hack. Und zwar kann man ganz easy innerhalb einer Minute sich so die Lippen massieren, dass die aussehen, als wären die gemacht. Damit wir natürlich hier nicht schummeln und ich das auch wirklich testen kann, werde ich erstmal meinen Lip Liner entfernen. Ich habe nämlich leicht Lip Liner vorn drauf. Und zwar soll man erst einmal die Oberlippe nehmen und die so kneten 5-10 Mal ungefähr. Völlig verrückt. Machen wir jetzt. So, dann soll man hier am besten diesen Knochen nehmen vom Finger und dann die Lippe einmal so greißen und das auch 5-10 Sekunden machen. Und hier unten soll man die Lippe dann nehmen und die einmal so nach außen drehen und nach unten massieren. Also so. Ja. Also es hat auf jeden Fall was gebracht, aber es ist jetzt nicht so krass. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mir vor vielen Jahren mal Hyaluron reinspritzen lassen. Das ist aber bestimmt schon 5 oder 6 Jahre her, also schon sehr, sehr lange. Waren auch nur 0,5 Milliliter. Die sind auch mittlerweile wieder raus. Aber natürlich, wenn man die Lippen so arg massiert, dann schwellen die natürlich etwas an und dadurch wirken die voluminöser. Das ist ja auch der Trick oftmals bei Lipgloss mit Chili oder so, weil das Chili natürlich auch die Durchblutung anregt. Und dadurch hat man immer so eine optische Vergrößerung der Lippen. Aber es bringt auf jeden Fall was, wenn man mal so zwischendurch sich etwas die Lippen auffrischen möchte. Ist auf jeden Fall ein cooler Hack. Allerdings als keiner, wo ich sage, der verändert die Welt. Davon abgesehen, denke ich, wird das auch nicht lange halten. Denn spätestens, wenn die Durchblutung nicht mehr so krass ist, dann gehen die Lippen auch wieder zurück und es bleibt nicht so. Auf jeden Fall wirken die schon etwas voller. Also ja, ist eigentlich ein ganz cooler Hack. Kann man mal machen, aber kein Hack, den ich jetzt täglich anwenden würde. Ihr könnt aber natürlich mal in die Kommentare schreiben. Testet das mal. Hat es bei euch funktioniert? Habt ihr einen Vorher-Nachher-Effekt gehabt? Und ihr könnt mir natürlich auch gerne Bilder schicken per DM bei Instagram. Da bin ich mega gespannt, ob es bei euch funktioniert hat. Fangen wir mit dem nächsten Hack an. Und das ist eigentlich eher eine optische Täuschung. Und das ist auch absolut nichts Schlimmes. Ich finde das nämlich total süß. Ich habe das selber auch. Das kommt immer auf die Perspektive an. Und zwar, wenn man hier von der Seite schaut, hat man einen kleinen Huckel. Und diesen Huckel kann man wegschminken mit einem Augenbrauenstift. Und das will ich natürlich testen. Da bin ich mega gespannt. Ich habe den auch nur ganz, ganz leicht. Also nicht doll. Es gibt natürlich Leute, die haben den etwas stärker. Keiner muss sich dafür schieben. Das ist auch völlig normal. Ich finde das total cute und süß. Und wir machen es trotzdem mal, weil vielleicht ist es ja auch ein cooler Hack für den einen oder anderen, der das gerne etwas kaschieren möchte. Und zwar nimmt sie sich einen Augenbrauenstift und malt sich hier so einen kleinen Strich auf die Nase. Danach nimmt sie sich so eine kleine Würste. Ich habe jetzt hier einen Augenbrauenstift von Kadris. Da ist das schon direkt mit dran. Und verblendet das. Und ich glaube, das hat funktioniert. Wie finden wir es, Leute? Ich hoffe, das kann man in der Kamera gerade gut erkennen. Ich glaube, der Huckel ist optisch etwas weg. Von der Seite ist der Huckel tatsächlich optisch etwas weg. So, der nächste Hack. Da bin ich wirklich gespannt, wenn der funktioniert. Denn ich glaube, wenn das funktioniert, erleichtert es mein Leben total. Ich mache mir ja mega gerne Locken mit dem Kletteisen. Und das soll aber innerhalb von einer Minute funktionieren für jeden. Also man kann sich Locken in einer Minute zaubern. Gerade am Morgen, wenn ich schnell gehen muss, man etwas Volumen haben will, wäre das natürlich bombastisch. Was wir dazu brauchen, ist einfach nur Hitzeschutz. Also Hitzeschutz auf jeden Fall in die Haare machen. Und ein Kletteisen. Dann teilt man sich die Haare einfach nur hier einmal zur Seite, dass man zwei Seiten hat. So, man nimmt sich einfach die Haare. Dann nimmt man das Kletteisen und dreht das Kletteisen einmal komplett um die eigene Achse. Und dreht die Haare somit ein. Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Und dann geht man immer etwas weiter runter mit dem Kletteisen, dass die dann so sind. Und dann geht sie mit dem Kletteisen noch einmal so über die Haare. Lassen das ganz kurz auskühlen. Und dann geht sie einmal hier durch. Okay, das hat nicht funktioniert. Aber wir testen das nochmal auf der Seite. Okay, ich habe es jetzt gerade etwas mehr gedreht als auf der anderen Seite. Ich glaube, damit könnte das eher funktionieren. Jetzt hat es auf jeden Fall besser funktioniert. Es sind tatsächlich nicht die schönsten Locken. Das auf keinen Fall. Vor allem, weil man es nur unten in den Spitzen hat. Meine Haare haben sich hier schon leicht gewellt. Und hier, also es sieht eher so aus, wie wenn man sich die Haare flechtet und am Morgen aufwacht. Hat bei mir jetzt nicht ganz so funktioniert. Leider. Aber ich glaube, wenn man sich zwei Zipfel flechtet und dann drüber geht, soll das auch funktionieren. Wie gesagt, wenn man etwas Volumen haben möchte, geht das eigentlich. Ich habe jetzt etwas mehr Volumen in den Haaren. Sieht etwas struppelig aus. Vielleicht funktioniert es bei den einen oder anderen. Bei mir hat es jetzt nicht so funktioniert. Deswegen, ja, kriegt der Beauty-Hack erstmal einen Daumen nach unten. So, dann gibt es einen Tipp, wie man sich ganz easy einen Eyeliner machen kann. Und zwar mit dem Finger. Man soll sich hier einfach nur etwas Eyeliner drauf machen. Also schwarzen Kajal. Und dann zieht man sich das einmal so. Und soll den perfekten Lidstrich haben. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Ich trage tatsächlich sonst nicht so oft Eyeliner, weil ich es einfach nicht gut kann. Und ich auch Schlupflider habe. Und das bei mir einfach immer nicht so cool aussieht. Aber wir testen das. Und zwar malzt sie sich hier einfach auf den Finger etwas Farbe. Dann guckt sie gerade in den Spiegel und zieht sich einfach hier einen Strich. Okay. Das ist nix. Wir probieren es auf der anderen Seite nochmal. Ich mache jetzt mal nur einen Strich. Ich glaube, damit funktioniert das besser. Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Ich sehe gerade aus wie ein Clown. Man soll sich, glaube ich, nur einen Strich machen. Und wir probieren das jetzt nochmal. Ich gehe jetzt hier an den Augenrand. So. Und ziehe das jetzt hier hoch. Oh, wow. Seht ihr das? Ich habe den perfekten Eyeliner-Hack. Warte. Das hat funktioniert. Mega gut. Jetzt kann man theoretisch, wenn man möchte, den Teil noch verbinden. Aber für Leute wie ich, die Schlupflider haben und wo man das nicht so gut hinbekommt, ist das einfach der perfekte Hack. Das geht unnormal schnell. Das dauert ja nur ein paar Sekunden. Wie gesagt, einfach so einen Strich malen und dann zieht man sich das hoch und man hat einfach einen Eyeliner. Warte. Ich bin total begeistert. Ich werde in Zukunft meinen Eyeliner nur noch so anmalen. Richtig cool. Kriegt von mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Machen wir weiter mit dem letzten Hack. Und zwar volle voluminöse Lippen wie Kylie Jenner. Und ich habe das noch nie so gemacht. Ich sehe das immer bei ganz vielen. Die haben dann immer so richtig schöne Kylie Jenner-Lippen. Und wie das funktioniert, zeiget euch jetzt. Wir testen das. Und zwar malt sie sich direkt über die Lippe. Also wirklich richtig über die Lippe einen Strich. Ihr könnt sehen, ich habe den jetzt hier oben gemalt. Und dann verbindet sie das. Aber sie endet wieder hier an der Naturlippe. Das bedeutet, ihr malt nicht komplett den ganzen Mund rum, sondern geht hier entlang und geht dann zur Naturlippe. Und was wichtig ist, ihr geht nicht bis an den Mundwinkel, sondern wirklich nur hier davor, auch an der Unterlippe. Dadurch bekommt ihr den Schmollmund. Weil wenn man den Lippenstift bis hin da zieht, kann man diese, ohne jetzt böse zu klingen, diese Angela Merkel-Dinger kriegen. Das heißt, das Gesicht drückt automatisch nach unten und der Mund. Und wenn man das aber nur bis zur Hälfte malt und nicht in die Mundwinkel geht, hat man automatisch einen Schmollmund und einen Lifting-Effekt. Oh mein Gott, ich komme mir vor wie ein Clown. Es sieht einfach gerade einfach nur furchtbar aus. Aber wir nehmen jetzt mal noch einen Lippenstift. Okay, und das sind die Lippen, Leute. Ich finde es einfach furchtbar. Ich fühle mich wie ein Clown. Ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, nicht die perfekte Lippe dafür, weil meine Oberlippe sehr nach vorn absteht. Dadurch fällt bei mir dieser Unterschied auch extrem auf. Vielleicht hätte es auch einen anderen Lippliner besser gemacht. Also, dass man nicht so einen dunklen nennt, sondern einen helleren. Und ich glaube, ich hätte es auch etwas weiter runterziehen müssen. Ist jetzt nicht so meins. Fühle mich etwas komisch. Ich glaube auch, dass ich mir so meine Lippen nicht schminken werde. Ja, Leute. Und das waren die Beauty-Hacks, die ich für euch und natürlich auch für mich hier im Video zum ersten Mal getestet habe. Ich muss jetzt erst mal diese Lippen abschminken, weil ich mich selber gerade gar nicht ernst nehmen kann. Also so wirklich null. Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr Bock, dass es dazu einen zweiten Teil gibt, dass ich weiter irgendwelche coolen Hacks für euch teste? Dann lasst es mich gerne wissen. Ich finde es auf jeden Fall cool. Mein Highlight von diesen Hacks ist definitiv dieser Eyeliner-Hack. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Game-Changer in meinen Augen. Ich werde mir zukünftig den Eyeliner immer so ziehen. Und solltet ihr noch mehr Beauty-Hacks kennen, schreibt es mir oder verlinkt mir auch gerne ein paar Videos bei Instagram. Da schaue ich mir die an und hole mir da inspo und werde die für euch testen. Also schickt mir gerne ein paar Videos, wo ihr sagt, Bianca, bitte, bitte teste das in dem Video. Und heute gehen auch wieder ganz, ganz liebe Grüße raus. Und zwar grüße ich heute die Elisabeth aus Oberhausen. Ganz liebe Grüße gehen an dich. Bleib gesund. Und wenn du Bock hast, dass ich dich ja auch in einem meiner Videos grüße, dann kommentiere gerne in die Kommentare deinen Namen und deine Stadt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. So, und ich mache jetzt erst mal diese Lippen hier ab, weil ich fühle mich dezent wie ein Clown. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.